Was soll ich noch sagen? Ich habe keine Ahnung. Severus? Ja, okay. Dick im Futur, dort siehe... Willkommen zurück zu Blende Z2 und mit mir heute wieder alleine mit deiner Folge. Was machen wir heute? Eine halbe Stunde lang werden wir ziemlich großen Nonsens hier veranstalten. Ja, ich habe mal wieder Lust, so ein bisschen alleine aufzunehmen und wir werden ja gleich sehen, was dabei rumkommt. Ich hoffe, es kommt was dabei rum. Der Aufnahmeflug verfolgt mich immer noch, deswegen... Ja, lassen wir uns überraschen. Nur ein halbes Stündchen, drei Folgen und dann sind Sven und Markus wieder dabei. Ist auch eine spontane Aufnahme jetzt gerade von mir. Und wenn das nicht zu lange laden, der hätte, könnte man ja auch anfangen. Perfekt. Bisschen leise, ne? Oh ja, ein bisschen arg leise. Einstellungen, Sound, Audio. Gehen wir noch ein bisschen leise? Bleib in Befinkung, du wirst gewinnen. So. Ach, kommt. Sie sitzen irgendwo da oben. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Da oben hockt anscheinend alles voll. Das ist ein eigener Spion, eine feindliche Spion, eine alles mögliche von Spion. Oh, Alter, da unten ist ein Sander, wow. Das ist ein Sander, wow. Was mich da jetzt getötet hat, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall fällt es nicht gut an für mich. Und wir haben uns verteidigt. Die Einrichtung wurde gesichert. Ich höre jetzt mal noch Schüsse. Ich sehe nichts. Hm, wacke, das ist dann rumgerannt. Eine von unserer West Nails, ja. Boah. Ach, du Scheiße. Das andere lebt hier noch. Fuck. Ich muss hier weg. Ich muss hier hoch, vor allem. Ach, du Scheiße. Ich werde immer noch beschossen. Ich werde auch beschossen werden. Ich muss C4 draufwerfen auf dem Panzer. Äh, Sander war. Alter, wie viel halten der... Boah, Alter, ich bin noch bei dir, du Jakob. Das ist doch bei dir, bin er. Meine Fresse. Danke. Das kann man mal vorrücken. Beziehungsweise nach rechts, um die Basis zu verteidigen, wo da drüben noch angecaptured wird. Da kommt ein Harry. Oh, ich bin noch mal vorrücken. Oh, ich bin noch mal vorrücken. Pumpen voll. Was hat denn der drauf? Ich will drüben... Haben wir es, oder haben die es noch? Wir haben es wieder. Was soll ich noch sagen? Ich habe keine Ahnung. Severus? Ja, okay. Ticken Futo, torts ihr Tag. Jetzt hast du es getötet, oder auch nicht? Gibt es noch einer? Na ja, ein Sunny sogar. Nein! Boah, Alter, ich habe gar nichts mehr. Nick, lass mich reden. Nein! Belebt dich doch wieder! Gott sei Dank. Ich habe mich schon tot gesehen. Haben wir A? Jetzt haben wir A. Alter, da war wirklich nichts mehr dran im Leben. Puh, du hast dieses Boost-Ding drin. Neben dem Skinderator-Booster. Da ist er. Alter, du bist ein Max. Jetzt capture doch diesen verfuckten A-Punkt. Da ist er. Irgendwo habe ich ihn noch gesehen gerade. Da war ein Spion. Haben wir ihn? Hier wird es mal gesichert. Ich glaube, ich habe irgendwas habe ich gesehen. Wir sind Ihnen überlegen. Löscht Sie auf! Okay. So, wo kommen wir jetzt hin? Wo kommen wir jetzt hin? Also, wir sind da drüben bei Geologic Camp. Sobald ich dieses Station gesichert habe, gehe ich auch rüber. Oh mein Gott. Knobo, Knorp, Knorpel mir. Drecksnamen. Die 10 Sekunden warte ich jetzt noch. Kann man mal auf Legen drücken. Gott. Die Angeiser wurden zurückgeschrieben. Immer diese Spionen, wenn sie hier einfach rumcampen und machte das in Vanus. Alter, wo ist der? Ah, hinter mir. Damn it. Ich muss ganz außen rüber anscheinend. Um den zu kriegen. Um zu decken vor allem. Da oben war ein Sporn, Biken. Sporn. Was ist das? Was ist das? Ich sehe ihn auf jeden Fall nicht mehr. Ja. Was beschießt mich denn da? So, auf jeden Fall kommt hier keiner mehr runter mit der Spawnpeakon. Jetzt muss ich noch aufpassen, ob... Alter! Ich muss hier auf den Lightning aufpassen. Jetzt kommt eine Granate darüber. Boah, hier hat man auch den Sunny getötet. Der wäre wichtiger gewesen, wenn ich den getötet hätte. Geh mal auf die Sunnys, dann kommen sie nicht wieder, diese Zigeuner. Aber wir kommen hier auch nicht mit Panzern rein, glaube ich, zumindest. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man hier nicht mit Panzern rankommt. Cool, wenn wir einen Panzersquad hätten, würde man durchbrechen, aber so vereinzelt mit ein paar Lightnings kommst du nicht rein. Naja, auf jeden Fall, ich habe meine... D-Next bestelle ich meine neue GTX-79. Und dann geht es hier mit dem Performance-Technischen Bitterberg auf. Mist. Ich bin wieder lappig. Oh, danke. Ich würde es so weggehen. と nicht ohne die Ich bin am PowerPoint-Techniken, weil es mirindistinct Musik ist,